Hallo, Borussia Mönchengladbach-Fans! Schauen wir uns an, was unser großartiger Spieler in einem Interview mit Sky TV gesagt hat. Bevor wir das Video starten, möchten wir euch darum bitten, euch auf unserem Kanal zu abonnieren, um täglich exklusive Nachrichten zu erhalten. Los geht's! Letztes Jahr war es Matthias Ginter, dieses Jahr sind es Remy Benzebeini, Lars Stindl und Markus Duram. Vier wichtige Profis sind in einem Jahr ohne einen Cent in die Kassen des Fohlens gewechselt. In den letzten zwei Jahren haben wir 100 Millionen Euro Marktwert kostenlos verloren, wenn wir immer noch 100 Millionen auf dem Konto hätten, wäre es anders, sagte Kramer dem Sender Sky TV. Der Mittelfeldspieler sagt, dass es in Gladbach klar ist, dass man der Realität ins Auge sehen muss, es wird eine herausfordernde Saison sein. Auch wenn es aufgrund des aktuellen Transferfensters schwierig ist, die Situation zu bewerten, empfiehlt der Weltmeister von 2014 keine klaren Ankündigungen zu machen. Ich denke, wir sollten alles mit mehr Demut angehen. Wir sind so ehrgeizig wie möglich, aber man muss realistisch sein und erkennen, dass wir nicht mehr den Kader haben, den wir früher hatten, sagte Kramer. Was denkst du, liebe Fans, stimmst du unserem großartigen Kramer zu? Hinterlasse uns deine Meinung in den Kommentaren und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Auf geht's, Fohlen 11